Und jetzt brauche ich Parfüm. Oje, das Parfüm steht ganz oben auf dem Schrank. Soll ich Nicole rufen? Nee, nee, ich kann ja hochklettern. Oh, mein Bein, mein Bein. Mini, was ist denn passiert? Ich bin vom Schrank gefallen. Mein Bein tut weh. Am besten, wir bringen dich zum Arzt. Gute Besserung, Chase. Danke, Doc McStuffins. So, da sind wir. Hallo, Doc McStuffins. Minis Bein tut weh. Kannst du es dir bitte mal anschauen? Hallo. Ja, natürlich. Mini, welches Bein tut denn weh? Das rechte. Tut es hier weh? Nein. Und hier? Aua, ja. Am besten, wir machen ein Röntgenbild. Lemmy, bereite bitte alles vor. Leg dich bitte hier drauf. Warte, Mini, ich helfe dir. Ja. Da ist das Röntgenbild. Mal sehen. Mhm. Du hast Glück, Mini. Es ist nichts gebrochen. Du hast dir nur den Knöchel verstaucht. Ich lege dir einen Verband an. Mini, du darfst dein Bein ein paar Tage nicht belasten. Deshalb habe ich dir Krücken gebracht. Oh, danke, Doc McStuffins. Warte, Mini, ich helfe dir. Komm in einer Woche zur Untersuchung. Danke, Doc McStuffins. Es ist alles. Okay. Okay.